wilhelm busch die fliege dem herrn inspektor tut's so gut wenn er nach tisch ein wenig ruht da kommt die fliege mit geprumm und surrt ihm vor dem ohr herum und aufgeschreckt aus halbem schlummer schaut er verdrießlich auf den brummer die böse fliege seht nun hat'se sich festgesetzt auf seiner glatze wacht nur du unverschämtes tier ah nit so aber komm ich dir behutsam schleicht er nach der tasse daß er die fliege da erfasse parisauts darin ist er gewandt er hat sie wirklich in der hand hier schaut er nun mit großer list wo sie denn eigentlich wohl ist so da sie ist schon wieder frei einbein das ist die einerlei jetzt aber kommt er mit der klappe dass er sie so vielleicht ertappe und um sie sicher zu bekommen hat er den sorgenstuhl erklommen rumpums da fliegt der stuhl und er die fliege flattert froh umher da holt er aus mit voller kraft die fliege wird dahin gerafft und fröhlich sieht er das insekt am boden leblos ausgestreckt erquicklich ist die mittagsruhe nur kommt man oftmals nicht dazu er ist die mittagsruhe nur kommt man oftmals nicht dazu er ist die mittagsruhe nur kommt man oftmals nicht dazu